Hey! Willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Waro heute mit dem Zombie. Hallo! Komm, komm! Was wir spielen? Waro? Ein Steinschwert, ein Steinschwert, ein Steinschwert! Ich hab ein Goldschwert, ein Steinschwert! Töten wir sie alle! Töten wir sie alle! Amoklauf, der hat ein Goldschwert! Nicht sterben, Manu! Oh Mist, ich krieg ihn nicht mehr. Bleib doch hier! Ich hab einen mit dem Goldschwert! Ich hab einen mit dem Goldschwert zweimal gehauen! Nee, ich will doch einfach nur töten... Hab ihn getötet! Ihr bleibt jetzt hier, Alter! Ich jag euch! Bis zum Erbrechen! Okay, folgen wir der Schokolade! Ja! Ja! Oh ja, geil! Der hat ja zwei Eisen! Der hat ein Schwert, der hat ein Schwert und sie kämpfen gegeneinander! Ja, tot! Und ich töte dich auch noch! Komm! Ja! Pass auf! Nicht, dass du jetzt totgeboxt wirst von mir! Ach! Mir geht's richtig gut! Alter, wie... Boah! Amoklauf! Hast du ein Steinschwert? Hier! Äh... Warte, ich leg grad Rüstung an, dass ich nicht so schnell sterbe! Ich auch! Ich auch! Hier, ich hab noch eine Krone für dich, meine Prinzessin! Ja, ich hab auch eine! Ja! Danke! Schärfe! Cool! Okay! Dann komm! Das, äh... So macht das Leben Spaß! Ich noch! Warte, 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 warte! Ich kann noch was machen! Warum musst du wieder die ganze Zeit stehen bleiben! Ja! Zwei Suppen! Und warum musst du jetzt wegen deinen zwei Suppen warten? Ja! Weil jederzeit einer von hinten kommen kann und mich dann abschlachtet! Oder deine... Okay! 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 Da unten sind auch noch welche! Ja! Ich will aber einen Stock! Weil ich mir sonst ein Eisenschwert machen kann! Ja! Wo bist du? Ach, du bist das da unten! Ich bin da oben gegangen! Hä? Ich hab doch gesagt, komm mit! Hä? Ich bin jetzt um in der Mitte! Ich bin jetzt um in der Mitte! Ich guck mich hier gerade um! Ich komm jetzt hoch! Okay! Ich seh dich da unten auch! Ich seh dich da unten auch! Dein ganzes Leben lang! Ja! Ich hab keine eigene Meinung einfach mehr! Warte mal! Hä? Wer... Bist du das da oder? Ja das bist du aber... Wer war denn das dann gerade? Hast du dich jetzt ganz schnell... Ne da unten ist da einer! Ja klar! Ja! Lass mal zu dem! Okay! Kann man direkt wieder nach unten! Richtig schön! Oh! 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 Wie behindert? Ich glaub der wollte nicht sterben! Der hat sie einfach geduckt! Dachte wir sehen ihn da nicht! Dann müsste ich ja keinen Bogen! Pass auf! Ja ist doch voll geil was er macht! Geil! Da war noch Eisen bei! Charpen ist 1 Knockback und Unbreaking hat der auf seinem Schwert! Boah! Oh! Okay! Und Eisenschuhe hat er! Und Eisenhosen! Cool! Okay ich kann nicht mehr sterben! Fing Gott! Warten wir jetzt hier oder? Ja! Nimm ein bisschen Eisen! Oh! Oh! Eine Portable Walkbench! Warte! Ich verteidige mich kurz! Okay! Okay! Wenn du ein Level hast kannst du das auch verzaubern! Ja! Ja meins ist er noch stärker ne? Ja ja klar! Ich sag ja wenn du ein Level hast! Ich würd's nur nochmal betonen! Da hast du nen Bogen! Nein! Boah! Ja komm! Lauf mit dem Bogen! Okay! Komm! Einfach nach oben! Das leben noch! Sieben weitere! Außer uns! Ah! Oh! Deine Schuhe sind von unten ab! Hubsch! Ja! Ich hab dich geputzt! Töten wir den einfach! Was rennt der auch alleine rum? So direkt am Anfang! Sein Teammate war vielleicht schon tot wegen uns! Hallo! Stimmt wir haben ein bisschen in die Leute reingeschlagen! Wollen wir zum Care Package 1 gehen? Ist hier aber auch gar kein! Da hinten ist einer! Ah ja! Ah cool! Einfach runter springen! Einfach hinterher springen ist mir egal! Sterbe halt! Kein Problem mit! Kein Problem mit! Kein Problem mit! Ich kleide da ein bisschen vorsichtiger! Hätte ich nen Angelegen mit haben würde ich dich pushen! Geht ja nicht! Kannst mir keinen Schaden machen! Hä? Geht nicht! Du kannst mich nicht treffen mit nichts! Außer mit Feuer! Achso! Oh! Äh! Ja! Oh nein! Wie dumm ich gelaufen bin! Ich hätte auch besser laufen können! Oh! Geh an die Leiter und du bist tot! Schade! Ah sehr gut! Guck mal genau in die Lücke! Tecke! Äh! Ne! Hast du was für mich? Kann ich echt nicht? Ah stimmt! Dann kann ich dich nicht treffen! Okay! Sollte man vielleicht deaktivieren dass es geht! Falls das irgendwie machbar ist! Hallo? Äh ich ess kurz mal was! Ja? Ah ich brauch! Ich hab auch gar nichts mehr zu essen! Oh nee! Da! Hier nur ein paar Brote! Äh übrigens neben dir! Achso! Ich drehe mich zweimal im Kreis! Hab ich einfach nicht gesehen! Ich weiß nicht warum! So! Dann kleben noch 5 andere! Und 4. Warte mal! Beschütz mich! Mach mit dem Brot! Also nur noch ein 2er Team oder? Berechne ich glaube falsch! Ja! Ne! 4. Du hast noch einer! Da ist einer! Hi! Hä? Wie ihr uns anstauten! Hä? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das mein Team? Wie ist das mein Team? Wie ist das mein Team? Nicht einmal getroffen! Und jetzt kommt das Spinnen-Event! Achtung! Ich verteidige uns! Achtung! Wie lange lebt der? Boah! Alter! Was geht denn hier ab? Ja! 4 Spieler Spinnen-Event! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab gleich ein Level! Ja Leute! Kommt schon! Da sind auch welche in der Arena! Hilfe! Hilfe! Spinnen-Event! Schlag mich kaputt! Boah! Alter! Wie viel von sterben die denn? Oh Gott! Ich will die Erfahrung von den Spinnen! Ja! Ich hab auch schon Level 3! Äh! Alter! Ich hab voll das... Voll den Scheißigen! Da vorne ist ein 2er Team! Die kämpfen noch gegen die Spinnen! Ja komm lass doch mit! Verzeihung an! Das ist doch ein 2er Team! Die Kipps hat gerade noch eine angeschlagen! Okay! Hatte ich ein Bogen bekommen? Kann man den Teampartnerschaft nicht mehr sagen! Mal... Meine... Ich könnte mal nach vorne laufen! Geh halt dich fern! Halt dich erstmal so ein bisschen abseits! Nicht dass du stirbst! Ich hab den anderen... Hab einen getötet! Der Typ hinter dir! Der Typ hinter dir! Oh man wie langweilig Alter! Ich auch Gott! Der hat Diamanten! Warte beschütze dich mal! Mach mal Feuer da hin! Äh... Mach mal Feuer da hin! Der hat ja Fleisch! Da liegt Fleisch auch noch! Äh... Brauchst du? Ne brauchst du nicht! Ops! Das wollte ich nicht! Einfach mal... Okay! Ach komm einfach alles weg! Alles weg! Ganz so Scheiße braucht doch keiner... Oh! Und Deathmatch! Nein! Denk eine Person! Ich hör dich... Jemand neben mir essen! Warst du gegessen? Ja! Okay dann bist du neben mir! Ich bleib hier drauf stehen! Und schieß mit dem Bogen! Ich hab... 36 Pfeile! Ah! Da hinten! Bist du das? Ne! Ist der Feind! Ich bin neben dir gestanden! Ah! Warte! Oh! Ach komm! Manu komm! Der... Oh! Der hätte mir wenigstens Spaß haben können! Der hatte eine Liederrüstung! Bitte! Ach man! Mann! Voll der Amokläufer rennt einfach drauf und prügelt ihn tot! Ja! Ach man! Weißt du? Wir hätten ihn anzeigen können und durch den Raum boxen oder so! Ach Scheiße! Da denk ich mir jetzt... Das war zwar... Wir haben zwar gewonnen und so... War jetzt gar nicht so scheiße, aber... Einfach viel zu schnell und viel zu... Klump! Wir hatten gar keine... Eigentlich... Wir waren viel zu krass im Vorteil, hatte ich das Gefühl! Das sind halt die besten Spieler! Da werden wir fliegen! Das sowieso! Das... Das ja sowieso! Ich weiß nicht! Ich hab die Runde war jetzt auch gar nicht so lang! Ich werde da vielleicht nochmal... Die ein oder andere... Andere Runde... Dann hängen! Hey Manu! Hey! Manu! Verbetzt du? Nehm dir! Verbetzt du? Manu! Warte! Mach mal auf! Ah! Warte! 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 Gleiche trinken wir ja sogar wirklich! Was? Gleiche trinken wir ja sogar wirklich! Oh ja! Das geht! Ah! 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 Ich hasse alle Menschen! Ja ich auch! Ich hab ein Schwert! Ich hab ein Schwert! Ich fick dich so weg! Tötet den Grün! Tötet den Grün bitte! Der hat gerade Kanal Werbung gemacht! Ok! Leute! Ohne Kack! Kommt davon! Ich hab mal ne Bitter an euch! Wenn ihr seht, dass einer Werbung macht! Jetzt in unseren Videos! Ne? Geht auf den Kanal und blockt den einfach direkt! Einfach nur blocken! Nicht haten! Gar nichts! Einfach nur blocken! Fertig! Alter! Bin ich denn so schnell? Nein! Haten ist doof! Nein! Was? Ich bin tot! Ich bin tot! Ich dachte gerade ich wäre unbesiegbar weil ich 50 Leute getötet habe! Ein Schwert! Ein Schwert! Ok! Tötet sie alle! Ich schnapp sie mir alle! Pokémon! Ja ich bin jetzt schonmal! Ich würde jetzt gerne den Rap singen aber ich kenne da keinen einzigen Namen davon! Oh du hast ne Holzachse gerade bekommen oder? Ja ich glaub! Da war was tolles! Boah ey! Was boxt der mich hinter dir? Boxt ich einen gerade in der Ecke! Wenn du den töten willst! Ja mach ich! Aha! Der hat den Rucksack dabei! So warte! Hier! Oh 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 oh! Oh ja! Beschütze mich mal! Hier nimm! Ah ne das ist schon mal kröner! Hey du! Das ist der falsche Weg! Oh nein ich wird eingeruft! Ich töte noch ein paar! Da! Oh Gott! Da ist einer mit dem Eisenschwert! Ich seh es! Ich seh es! Ist auch nicht schlimm weil ich den jetzt töte! Haben gekillt! Ok! Gebt nur das Schwert! 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 Bis zum nächsten Mal.